ich probiere das jetzt noch einmal siehst du das bruchboot da drüben es scheint noch seetüchtig zu sein ich muss auf jeden fall die kommenden einen typen ausgerufen ich muss mich mal reingelangt was ist denn jetzt hier los Wie liegt es da einfach? Ich kann es nicht bewegen. 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 J jurysen Sie nicht! Den L sprachen Sie jetzt. Weg. Oh ja. Ich habe das Schopfen gesehen. Oh ja. Oh no! Ich weiß, dass sie jetzt hätten gehen. Okay. Das war's für heute. Vom Level her wahrscheinlich viel zu niedrig. Eigentlich hätte ich gar nicht gegen so viele Kämpfe gewährt. Hex ist am Arsch, ey. Was ein Krampf, ey. Dieser Hauven, Jamakuda Hoche Datunka, hat gehört, ist traurig, dass du auf dem Hier wird es von Minute zu Minute dunkler. Noch ist Zeit. Das Dunkel hat noch nicht gewonnen. Aber das wird es. Und wir werden uns die Zeit nehmen, das zu genießen. Soviel. Hey, selbst ein Ende hat ein Ende. 14 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 6 5 auch gut Ich bin begeistert. Schmettern und spawnen. Was hat der eigentlich für ein Schiff gemeint? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Schmettern und schiffen. Ist das meins? Ne. Oh, wieder so ein Anbetungsding. Anbetungsding. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich guck mal, was da hinten flippert. Okay, ja, das war mein Boot. Ich bin begeistert. Ne Glühbirne. Hier geht ein Lichtlein auf. Sei ganz leise. Das hier ist ein Munsternest. Ohne Zweifel. Wo sind die Monster? Hallo? Da ist ein Munster. Wow. Ich guck mir mal gerade frisch. Machen wir gleich ein Blatt. Uff. Ersch locatory. sagt während der damals zeit wurde der schlamm direkt ins eigene haus gepumpt jetzt muss man dafür auf einen schlamm laster warten und der verspätet sich sagt dringend den schlamm zu benötigen könntest du herausfinden was mit dem schlamm lasst vermutet es waren banditen eine reifen panne oder verschlammung das erfährst du erst wenn du ihn findest sagt der schlamm laster kommt für gewöhnlich aus dieser richtung suche einfach nach dem laster und finde heraus was vorgefallen ist ansonsten herrscht hier bald schlamm mangel ich hab's vor begeisterung aber vielleicht ist es auch nur die schlechte luft schlamm 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 Das war's. 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 Was? Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Mal sehen. Das war's. 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 Mal. Das war's. Das war's. ausprobieren. verkaufen. das war's. 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 war's. das war's. war's. das 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 war's. war's. das war's. das war's. das war's. war's. das war's. war's. das war's. das war's. das war's. das war's. war's. das war's. das war's. das war's. das war's. das war's. war's. das war's. das war's. das war's. das war's. war's. das war's. das war's. das war's. das war's. seite punkte und den habe ich noch nicht heißt aber wieder 9 hier die haben eine gift zone da kann ich definitiv auch nicht rein weil ich noch nicht so viel gift resistenz wie hoch dieses silo ist was darin wohl aufbewahrt wurde man kann es nicht eigentlich was geht so kann hier nicht herbeigerufen werden nicht kann ich nicht geht nicht jetzt ist eigentlich Ich weiß nicht, was ich hier passiert. Das war's. 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 Das war's.